Hallo und herzlich willkommen bei RetroCamp. Ich bin heute wie oft hier gemacht ein Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Lead Command. Viel Spaß! Ok und da sind wir auch schon wieder untergeladen, installiert und ich war schon einmal kurz online gewesen, weil meine Schiffe waren zerstört und dadurch jetzt erstmal das eine repariert. Jetzt muss ich doch schnell das andere reparieren, aber das ist ja unter fünf Minuten, deswegen geht das zack zack ganz schnell. Ok, meine Basis sieht hier ganz rot aus. Ich denke mal ich wurde angegriffen, wahrscheinlich auch zerstört, keine Ahnung. Dann gehen wir mal ins Innere rein und bestätigen erstmal die ganzen Aufträge die ich hier hatte. Oh mein neues Schiff ist fertig. Ich weiß. Da fliegen wir mal. Siehst du ähnlich nicht aus? Das von Star Trek ist auch so eine Salatschüssel und unten allerdings glaube ich. Also muss auf dem Kopf sein und das muss hier zu sein. Salatschüssel. Warte mal wie. Da sind doch die ganzen Fliegerflieger. Oh das waren drei gewesen. Wo ist denn die Salatschüssel? Wo ist denn die Salatschüssel? Nein. Ich meine, das müsste so hier nah drauf sehen. Wird das so. Keine Ahnung. Da, so. Mit D3 meinte ich. Genau. So müsste es aussehen. Aber so einen Schiff habe ich gar nicht hier. Der nur zwei. Der hat zwei. Ob das nur noch so eine halbe Salatschüssel. Einzigste, der hier hängt. Und aber auch was für das. Naja, egal. Ähm. Abholen. Ich musste hier drei Geschenke abholen. Zwei. Zwei. Drei. Und dann nochmal zwei Vigotationsgeschenke. Juhu. Zwei. 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 Level 1 ist fast fertig. Da haben wir nochmal 2. Also einmal rotieren und einmal wieder hier ist noch ein Fadok. Fadok. Irgendwie so. Ich muss das sowieso aufleveln. Zack. Schon mal die eine Quest fertig. Wenn ich die Quest überhaupt noch habe. Ich denke mal schon. Tagesziel eigentlich fertig. Ne, dass wir die Truhe öffnen. Zwei Immobilien habe ich gefertigt. Also bestätigt, dass sie fertig sind. Drei muss ich noch. Schauen wir mal hier. Gibt es hier nichts, was schneller fertig ist. Gibt es 6? Okay, den nehmen wir mit. Ah, wir müssen jetzt aus dem Team einmal rein. Oh, noch abholen. Start. Ich brauche hier. Info. Das ist einer von Ehren im Töten. War ich denn noch sein Ehren im Töten? Ja, zwei. Ich glaube, dann sind es aber noch keine 100%. Ah, nee. Könnte sein, dass ich den Auftrag umsonst mache. Deswegen schauen wir nochmal nach dem stärkeren. Da, der sieht auch noch so aus. Ne, ist er nicht. Wir sind doch hier. Wir sind doch hier. Wie heißen die Vulkanier, ne? Waren das? Warte dann über den wieder. Das war der Aufbau den jetzt, ne? Ja. Und wir schauen nach einem starken Käpt'n dann. Der hat nichts mehr an bei dem. Und der ist nur noch 90%. Bei 30, der ist stärker. Ja. Der geht nicht. Aber die geht. 100%. Okay, ich steig dran. Zack, weg sind sie. Nächster Flug. Wer ist weg? Dann nehmen wir den hier. Dnj. Das wäre so schwach. Dnj. Da ist Dnj. Wer ist das? Da, da? Das ist einmal sich das zu schwach. Einen anderen Dnj. Diese Frau. Oh, 100%. Start. Okay. Das Gebäude erweitern kostet 20 für sofort. Und dauert eine Stunde. Eine Stunde ist mir so lang. Fünf Stunden ist eben noch länger. Da kann ich nichts machen. Den kann ich nichts. Den kann ich. Den musste ich glaube ich auch, ne? Sieben Stunden. Eine Stunde. Da ist noch eine 10. Auch ein... Ne. Dann ist eine Stunde. Was ist draußen? Mal hier außen schauen. Vielleicht ist ja hier schneller. Die 6. 40 Minuten. Okay. Ist aber auch noch so lang. Eine Stunde. Und das ist jeweils Level 10. Also jeweils eine Stunde. Aha. Dann gehen wir wieder rein. Ich hatte eine Quest. Ich erinnere mich grad wieder. Eine Mission war das. Genau. Mission. Ich musste irgendein Gebäude bauen. Das Schiff werft auf Level 13. Dann machen wir das. Ist Level 12. So. Das ist auf dem Weg. 10 Stunden. Was kostet das? Insofort. Ich hab zwei in meinem Besitz. Drei Stunden. Dann machen wir aber 6 Stunden. Einmal davon. Ich glaube ich 31. Och. Da ist ja. Hm. Ich nehm mal hier ein paar. Sofett. Sofort. Baumaßnahmen sag ich jetzt mal. Oh. Nein. Sofett. Sechs Stunden. Verwenden. Okay. Jetzt eine Stunde. Ich könnte auch immer ein mehr machen. Ja. Zack. Das würde mir aber nichts bringen. Dann würde ich ja 40 Minuten verballern. Nehmen wir nur ein. Hier. 30 Minuten. Ich glaube das wir ab 5 Minuten sofort fertigen. Das sind noch 3 Minuten. Eine Minute noch. Gut. Dann schauen wir nochmal kurz. Das ist rekrutierender. Warte mal nochmal. Raffinerie. Ich habe ja Gas gesammelt. Dann kann ich den einfach machen. Kristall? Hatte ich nicht Gas gesammelt? Ne Kristall war das. Schon zu lange her. Okay. Guck mal. Gleich kommen die 5 Minuten. Und? Da. Fertig. Quest fertig. Endlich. Noch was fertig. Und noch was. Ne. Okay. besiege den feindlichen captain. hier haben wir 8000 tritanium muss ich haben. ach da kommt noch was. noch was? ne, da gehe ich jetzt mein system rein in unser sonensystem und schauen mal nach einem anderen sonensystem, wo ich tritanium finden kann, weil hier habe ich nur plutonium, wie ist dies, arschstahl war das. ja dann in der galaxie. hier haben wir paar stahl. da ist es. das ist fehlmann sein. dann gehen wir da mal rein und wir haben hier 1500 ich brauche 8000. boah, wir müssen hier losfliegen. oh, das dauert doch so. warte mal. das neue schiff, was ich habe, ja. ja, das ist sowieso ein angriffsschiff, denke ich mal. ich schicke den erstmal hier. zur linie. dann haben wir hier noch diesen, unser, ich habe mich hier fähig. ne. da muss ich auf kommandant level 2 gehen. das ist bei forschen. hier muss es irgendwo sein. kommandant. dann muss ich auf obs 17 gehen. so, das war eine schwarze stunde. da kann ich auch klein machen. ne. warte, einmal bauen kann ich alles. nehmen wir doch den gleich. ich habe schon mal 22 stunden. auf welches level war das? 17? ich bin jetzt bei 13. noch mal 17. noch mal 17. noch mal 17 noch mal 17. erfahrung. kommandant. level 2 muss ich haben. ich bin bei 15. 17. boah, das ist doch. Habe ich ja nur ein Ja dran. Zumindest so wie ich spiele. Den forschen, dann kann ich nicht. Den noch mal forschen. Ja, und was ist da? Könnte ich auch nicht. Den könnte ich noch. Sechs Stunden. Sechs Stunden. Geht auch nicht. Na gut. Also bis hier hin, ist das der halbe Weg? Hm, nicht ganz. Eins. Why? Ich bin zwar auf der zweiten Seite, sag ich jetzt mal. Drei. Vier. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Dann geht es hier noch weiter. Eieieiei. Hier auf der zweiten Seite von sieben ungefähr. Okay. Also knapp dran. Auf der Hälfte. Jetzt müssen wir noch mal kurz schauen. Ich wollte das andere Schiff mir mal anschauen. Verweilten. Und das habe ich. Das ist gerade unterwegs. Am Bau. Schiff wechseln. Ich habe. Der ist drinnen. Der ist. Boah. Der ist neu und der ist schon so stark. Ich benutze mal das Schiff. Verbesserung. Muss über 6.000 kommen. Dann bin ich glücklich. Ich bin noch bei 5.600. Ach, das wird doch besser. Maximal Level. Ne. Dann wieder Schiff wechseln. Was ist mit dem eigentlich? Schiff zuweisen. Ausgibt. Verbessern. Ausgebaut. Komplett fertig. Ich glaube das war das erste Schiff. Das war mein zweites Schiff. Auch komplett fertig ausgebaut. Oh. So. Schiff wechseln. Das ist mein drittes Schiff. Und noch das beste. Aber der ist knapp dran. Ich brauche noch ein paar. Dingens. Das ist 8% schlechter. Gut. Wir müssen noch ein paar Sachen suchen. Dann fangen wir mal an. Besiege den Captain. Wo willst du? Da bist du. Es ist gleich. Also mit dem gleichen Schiff. Aufwand. 19 Sekunden nicht da. Ach dann. Ich sterb war der. Oh. Der ist ja. nur 8 Punkte schwächer als ich. Das wird. Das wird knapp. Boah. Ich muss sofort reparieren. Rückruf. Kann man auch kaputte Schiffe auswechseln? Wohl. Ich dachte. Das wäre gerade mein Leben. Aber ist das hier. Das Leben gewesen. Ach. Dann. Fertig. Ist schön abgeschlossen. zu reparieren. Drei Sekunden warte ich. Und dann. In dem Zeitraum. Suchen wir schon mal. Die nächste. schöne Quest heraus. Warte mal. Hier. Warte mal. Das. 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 2300. Den schaff ich locker. Flugzeit dahin. 4 Minuten. Zuerst weiter nebenhin klicken. Sonst fliegt da irgendwie nicht. Weil ich nicht gleich im System drin bin. Er ist um. Als ob er kommt. Eine Stunde und 30 Minuten. Ist der noch an dann. Wie spät ist das? Oh. 25. 30. Ne. Noch nicht beendet. Hehehehe. Hehehehe. deswegen noch einer schauen wir uns mal die weiteren Queste an das sind vorbei das dauert zwar eine Ewigkeit weil ich kriege ja nur 1500 war das glaube ich also 1, 2, 3, 4 5, 6 mal losfliegen Sida dann habe ich noch diese Quest hier ah ich bin bei Level 12 Quester 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 OPS auf 14 verbessern das ist eine neue Quest Hoss der ist schon drinnen 13 und nicht 17, 14, 16, 13 da ist noch einer oh das sieht cool aus Oh Tala 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 das ist dabei auch ein Bisschen aa ok ist man schon da noch nicht ganz eine minute noch jetzt wieder ein geschenk das ist schön sieger und Schauen wir mal bei welchen Fraktionen ich nett und so was bin. Neutral, 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 unbekannt, unbekannt. Also ich bin noch am ganzen Anfang. Aber ich habe da schon minus 6 Punkte. Plus 70 Punkte. Ach, nicht Vulkane. Klingonen sind das mit den Koppeln. Genau. Ach, minus 25. Also zur Zeit bin ich bei den Klingonen glaube ich ganz nett. Und die Föderation eher weniger und die Romulaner auch weniger. Ist das ein Zeichen, dass ich ein guter Mensch bin? Oh, die Föderation heißt alle willkommen, die ihre Ideale verkörpern. Meinen die von der Föderation? Ich denke, die meint das so. Ach ja. Also ich bin ein Klingone. Jetzt weiß ich da nicht so aus. Da muss mein Bild noch anpassen, oder? Gibt's nicht. Klingonen. Das ist die Föderation. Die ist hier nicht auf meiner Seite. Die kämpft ja gegen mich. Ich müsste dann hier... Ach, genau das Fabrikania mit der Spitze im Ohr. Stimmt. Den möchte ich haben. Oder die. Ist das so einer? Ah, hier. Auch noch so einer. Ja. Und der hat auch noch. Die. Ist das eine Frau? Jursa? Wo das ist man? Ich weiß es nicht. Schrecklich. Also einer. Chang. Jenohas. Azipur. Ah, hier noch. Wo ist der hin? Ah, hier noch einer. war schon mal gehört hier aber die habe ich halt nicht als da ist mir scheißegal dann bleibt ja weiterhin dieser kopf das ist schön bleibt so gut angriff so da sind wir sozusagen bei das sind wir sogar bei das kampftraining 15 für siegesreferien da auf level 15 machen wir noch nicht sind dabei die quelle muss ich da hin komme ich nicht da hin komme ich nicht nein da komme ich hin das ist aber etwas ganz anderes egal was da hin schauen wir was wir dafür fest haben in dieser unschönen gegend war ich schon mal was wollen noch schönes hier und die quäste außenposten fertig tagesziele was machen schleiche macht zusammen dass ich fast fertig allianz solidarität sein ich bin nicht meine allianz bin auch letzt mal einer beigetreten privat privat sind alle privat hier privat kann man nicht nur offene suchen auch 12 ich bin ja auch nicht viel Gibt es meine noch? Die German. Bitte J. Ich glaube, da ist letztlich schon mal nachgeschwollen. Tak. Au. Ne, gibt es nicht. German. Auch nicht. Erstellen. Öffentlich. Warte auf die German. Warte auf die German. Warte auf die German. Stellen wir uns mal wieder ein. Gede. Warte auf die German. German. Okay. Just for fun. Just for fun. Just for fun. Öffentlich. Bearbeiten. Da war doch mal so eine Hand nach oben. Eigentlich. Da war es ein anderes Spiel. Da war es das andere Spiel. Es muss rot-weiß sein. Bier mal. Schnell. 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 Okay. Stefan Reddog. Level 13. Danke die Jungen. Level 1. Zack. 2. 20 AP kann ich machen. Ich hab ja 4 Millionen. Da ist nur 480 Kosten. Kann ich ja ruhig aufwerten oder? Level 2. ich muss hier auf 35 kommen, das geht auch noch, erhöhte maximal das spiel auf 34, eigentlich brauche ich das ja gar nicht, kommt da sowieso keiner zu mir. ich bin auch noch bei 3,7 millionen, können wir das noch weitermachen, bis auf 3 millionen würde ich runter gehen. und, ich glaube gedrückt lassen, nein, leider nicht. ich sollte vielleicht nicht so viel spenden, weil, wenn ich nicht so über spenden muss, möchte, wenn ich fest sein soll ich das nicht mehr. ich bin immer noch bei 3,7 millionen, daher, 3,6 millionen, ist ja fast das gleiche. 1,5,6... let's go! Ich krieg jetzt eine Belohnung. Seh da. Okay. Belohnung. 11,4. Oh, hier. Jetzt wird es erst interessant. Ja, Level 5. Mitglieder auf 38, erhöhte Landshilfe. Limit auf 9. Gesamtform auf 5, 6, 7, 8, 14, 9. Und dann Allianz der Zone Slot 2. Das muss ich noch machen. Das ist interessant. Ich glaube, dann werde ich auch keine 3 Millionen mehr. 8000. 8000. Na doch. Sind wir auf 3,5 ungefähr. Go, go, go! Gleich schaffen wir es! Level 5! Jetzt sind wir auf 3,5. Untertreffen werden wir auch nicht gehen. Das geht nicht mehr darunter. Das schafft man nicht, außer wir noch ein Level machen. Aber ich möchte erstmal die Allianz-Slot auf 2 machen. 1, 2 und... Ach, war schon gut. Darauf ziehen wir Allianz-Slot 3. Wie viele Begriffe sind? 55? 50. Gebiet. Allianz-Gebiet. Zone, Slot 1, 2. Ja. Mag ist kein Flott unterwegs. Onyx-Spieler. Allianz. Onyx-Diplomatie. Belohnungen. Das ist doch interessant. Allianz-Belohnungen. Auch nix dabei. Shop? Ist das gleiche. Na gut. Hilfe? Keiner braucht Hilfe. Aber ich brauche Hilfe. Und das ist mit Gliederwahrscheinlich. Herzlich willkommen. Ich bin da allianz beigetreten. Herzlich willkommen. Danke. Danke schön. Okay. Privat? Oder Galaxie? Oh, hier kann man Leute suchen. Da brauche ich ja nicht mal beigetreten. Ich bin ja jetzt schon in einer... Warum gibt es denn da überhaupt so ein Zeichen? Das ist ja jetzt beigetreten. Stell dir vor, ich drücke da aus für den drauf. Zack. Das schöne ist, ich sehe nicht das Zeichen, was ich habe. Wir haben alle die anderen Zeichen hier. Da. Mein Zeichen. Level 17. Gut. Das war die Quest. Zehnmal. Okay. Gebrummt. Dann machen wir jetzt so einen Angriff. Warten. Wo muss ich da hin? Mission. Sind vorbei. Nein. Sind vorbei. Das war das Ziel. Ah ne. Stimmt. Das konnte ich ja nicht machen. Zumal ich ja hier hänge ich so. Schauen wir mal. Da oben ist was. Los, ich fliege dann. Zwei Quäste sind hier. Annehmen. Da ist etwas im Film. Und hier unten. Media. Ja. Jetzt hier nach unten. Dann fliege. Pass. Das. Und dann da. Neue Gefäste haben. Das kann ich jetzt schon machen. Okay. Und die neuen Gefäste haben. Da ist es. Aber es ist doch so. Ne, 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 ne. Dann fliege was von da. ich weiß ja ob das noch später kommt als witzige wäre wenn du weißt dass du in so gebiet rein bist die gerettete daten die klingeln sind auf meiner seite das sind doch die ganz netten leute die mal essen und sowas geben ok da die zeit schon so spät geworden ist das video ist auch schon wieder vorbei ich schau mir noch mal kurz die quest an die ich hier neu gekriegt habe die ist neu oh hier ganz viele neue ganz ganz viele neue level 18er quest alter verwalter auch neu ich habe schon 16 boah da habe ich mal lange gesagt da sind wir bei Level 15 schaffe ich nicht. Schleicherorten. Das ist doch der Level 12 starke hier, ne? Äh, 12.000 meine ich nicht. 12.000. Puh! Da komme ich nicht hin. Können wir nicht hin? Da komme ich hin. Da nicht. Aber da könnte ich noch hin. Eigentlich sollte ich ja nach Hause fliegen. Aber da ist genau da an der Ecke ist. Was ist da noch hin? Ach, das soll der eine den einzeln stören. Jetzt schauen wir noch mal kurz hier rein, was ich hier machen muss. Ist das Thema Anzeigen? Tja. Die Quest kann ich nicht annehmen. Ich bin so schwach. Da auch. Aber hier ist noch eine Christ. Na, will ich gleich ein Flie? In zwei Minuten? Citalaga. Citalaga. Gibt es doch nicht so eine Eissorte mit Laga? Ja. 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 Zack. Ja. 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 Ich bin froh, dass das Sperren ist. Ach je. Los, komm schon. Gibt's hier keinen Tube-Knopf? Die Dauer Conference. Drei Drei Drei. Also sind die Open, dass sie Knoten bei der Schöne. Na wer ist schon da, dann fliegt da hinten, los! Impfstoff! Juhu! Hier gibt es Impfstoff! Und dann geht es gleich nach Hause. Ob ich die Quest fertig habe, wenn ich da ankommen. Jo, Quest fertig, Impfstoff ist da. Da stand irgendwas mit ein bisschen fehlgeschlagen. Das waren wieder zwei verschiedene Missionen, die einmal wahrscheinlich für Klingon und die anderen für was anderes. Ich denke mal. Und ich fliege einfach hin und geboren. Also, Fraktion. Minus 25 immer noch. Minus 6 immer noch. 75, 70. Na gut. Ich werde mal nach Hause fliegen. Rückruf. Und. Grenzen. Oh, ich fasse langsam. Oh. Ich wollte doch schon nicht durch den Baum noch fliegen. Naja. Und dann wende ich das ganze Spiel und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin mir schon wieder bei nichts mehr beiseite. Bis dann mit euch. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Aber erst höre ich nochmal ein Ticket an. Da. Da. Tschüss. Da. Da.